Willkommen zurück! Mit Fedora39 betritt eine der herausragendsten Linux-Distributionen erneut die Bühne der Open-Source-Software-Welt. Fedora hat sich einen Namen gemacht, in dem es Innovationen, Freiheit und Stabilität in einem einzigen Paket vereint. Es liefert topaktuelle Software und kommt mit Red Hat-Qualität. Was Fedora39 alles aus dem Hut zaubert, das schauen wir uns jetzt an. Bleibt dran! Das Fedora-Betriebssystem hat sich seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2003 zu einer der beliebtesten Linux-Distributionen entwickelt. Mit seinen regelmäßigen Updates und innovativen Funktionen hat Fedora eine große Anhängerschaft gewonnen, die die Stabilität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit des Systems schätzt. Die neueste Version, Fedora39, verspricht eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen, die das Betriebssystem noch attraktiver machen. Fedora ist locker verbunden mit Red Hat und spielt im Red Hat-Kosmos einen wichtigen Beitrag, denn Fedora ist der erste Einstiegspunkt für neue Technologien, die dann über CentOS zur Marktreife für die stabile Red Hat Enterprise Linux, kurz REL-Distribution, gebracht werden. Die Wichtigkeit von Fedora für Red Hat zeichnet sich damit aus, dass einerseits Geld, andererseits Entwicklerressourcen bereitgestellt werden. Fedora bietet nebst der Workstation-Ausgabe, die wir hier uns dann anschauen, auch noch folgende weitere Editionen. Fedora Server als Serverbetriebssystem, Fedora IoT als Open-Source-Plattform für Internet-of-Things-Ekosysteme, Fedora Cloud als minimales OS für Public- und Private-Cloud-Umgebungen, Fedora Core-OS als minimales, automatisch aktualisiertes und containerfokussiertes OS und die Fedora-Spins mit anderen Oberflächen wie zum Beispiel KDE-Plasma oder Cinnamon. Bei Fedora handelt es sich um eine semi-rollende Distro, die zwar dem klassischen Point-Release-Modell folgt, aber innerhalb einer Version stets sehr aktuelle Software und Pakete bereitstellt. Fedora wurde also zwischen den klassischen LTS-Distributionen wie Debian oder Ubuntu und rollenden Distros wie Arch oder Solos positioniert. Als Mindestanforderungen für Fedora 39 rechnen wir mit diesen Specs. 2 GHz Dual-Core-CPU oder neuer, 2 GB RAM oder mehr, 15 GB Plattenplatz oder mehr. Und wie immer gilt, mehr ist hier besser. Die 2 GB RAM sind die absolute Unterkante für ein sparsames Spin, wie zum Beispiel das mit XFCE. Für Fedora Workstation, also mit Gnome, würde ich mindestens 8 GB empfehlen, besser 16 GB ans Herz legen im Jahr 2023. Ob erfahrener Linux-Benutzer oder gerade erst in die Welt von Fedora eingetaucht, Fedora 39 bietet ein leistungsstarkes und zuverlässiges Betriebssystem, das allen Desktop-Anforderungen gerecht wird. Mit seiner modernen Architektur, der umfassenden Hardware-Unterstützung und den innovativen Funktionen ist Fedora 39 zweifelos eine der besten Linux-Distributionen auf dem Markt, aber speziell für Entwickler, die die neuesten Schnittstellen und APIs benötigen und in den rollenden Distros zu viel Bewegung sehen, hier bekommt ihr einen sehr guten Kompromiss. Probiert es doch einfach mal aus und erlebt die Vorteile von Fedora bzw. Fedora 39 einfach selbst. Schauen wir uns an, was es Neues gibt. Linux-Kernel 6.5, Gnome Shell 45, verbesserte Suche in den Aktivitäten, Fedora Onyx, ein neues unveränderliches Spin mit Budgie Desktop, Fedora Azure Cloud Image. Fedora Onyx wurde vor einigen Monaten eingeführt und richtet sich an Benutzer, die die Fedora Computing Plattform und die Budgie Desktop Umgebung schätzen, aber die zusätzliche Unveränderlichkeit und die atomaren Fähigkeiten von RPM OS3 benötigen. Fedora 39 bietet jetzt ein offizielles Fedora Cloud Image für Microsoft Azure an und eröffnet Fedora Nutzern eine Welt voller Möglichkeiten in der Microsoft Cloud. Es ist ein strategischer Schritt, der verspricht, die Fedora Benutzerbasis zu erweitern und mehr Auswahlmöglichkeiten für Cloud Computing Bereitstellungen zu bieten. Wenn ihr bei Fedora einsteigen möchtet, müsst ihr euch zunächst das ISO-Abbild herunterladen und es auf ein USB-Gerät oder DVD brennen. Ist das ISO vollständig heruntergeladen, solltet ihr es verifizieren. Wie das geht, hatte ich bereits in einem separaten Beitrag gezeigt. Einfach mal reinschauen, solltest du nicht wissen, was du da zu tun hast. Aber wie bekommst du das ISO? Also, du musst auf getfedora.org klicken und dann seht ihr hier Get Fedora. Klickt da drauf, dann könnt ihr auswählen, welche Edition im normalen Desktop-File, würde ich sagen, in dem Workstation. Ein bisschen runterscrollend auf Download Now. Du wunderst dich jetzt vielleicht, warum hier Fedora 38 gelistet ist. Wir sind ja eigentlich hier im Fedora 39 Video. Das liegt daran, dass ich fleißig bin und vorgearbeitet hatte. Das heißt, das Fedora 39 Image, was ihr hier seht, ist noch nicht das fertige, sondern die Beta. Also, nicht wundern. Kommen wir zurück zur Sache. Wenn du einsteigen möchtest, wird hier wahrscheinlich dein Fedora Workstation 39 stehen. Dann klickst du hier einfach auf Download. Warte jetzt einen kleinen Augenblick, bis das runtergeladen ist. Ist das ISO auf der Platte und erfolgreich geprüft, dann kannst du installieren. Um den Rahmen dieses Videos jetzt nicht zu sprengen, verweise ich auf meinen Installationsbeitrag zu Fedora im Rahmen der Serie Wechsel zu Linux. Dort zeige ich Schritt für Schritt die verschlüsselte Installation inklusive der Einrichtung von korrekten ButterFS Subvolumes. Das ist wichtig, wenn du Schnappschüsse zum Beispiel mit Timeshift erstellen willst. Den Installationsprozess kannst du dir gerne einfach mal anschauen. Ich denke, dadurch sollten alle Unkelheiten geklärt werden. Also gerne mal reinschauen. Und wir machen jetzt hier weiter. Kommen wir zur Systemvermessung. Mein System krallte sich 8,3 GB Plattenplatz und der initiale Benchmarkwert im Arbeitsspeicherkonsum lag bei satten 1,8 GB RAM. Die Anzahl vorinstallierter Pakete lag bei 1950 RPM Paketen und keinem Flatpack Container. Schauen wir kurz rein, wo wir aktuell stehen. Derzeit sind 7,3 GB von der Platte belegt. Es sind 1,2 GB RAM belegt. Wir haben 1950 RPM Pakete und 0 Flatpack Container. Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung wurde Gnome Shell 45.0 angeboten. Im Hinblick auf das angebotene Desktop Konzept heißt das Zauberwort hier Vanilla Gnome. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das aus dem Android Lager mit Vanilla Android, also ohne Oberfläche des jeweiligen ROM Anbieters. Etwas ähnlich ist es hier. Gnome wird blanko ausgeliefert und somit ohne jegliche Anpassungen, wie es zum Beispiel genau andersrum Ubuntu macht. So haben wir einen blanken Desktop ohne Leiste unten oder links und ohne irgendwelche Desktop-Icons. Es gibt oben eine Leiste, die links, wenn man hier auf diesen Strich klickt, dann gelangen wir zur Aktivitätenübersicht. Mir scheint, die Fedora-Nutzer haben damit auch kein Problem, dass es so spartanisch ist. Sei es drum, weil sie Vanilla Gnome mögen und einsetzen oder seit jeher mit Erweiterungen den Desktop ergänzt haben und somit von Upgrade zu Upgrade den eingerichteten Desktop einfach mitnehmen. Doch schauen wir uns noch kurz an, was wir haben. Wie gesagt, wenn wir hier oben draufklicken, kommen wir auf die Aktivitätenübersicht. Wir sehen hier unten ein kleines Dock, da können wir Favoriten ablegen. Wenn wir schauen wollen, welche Apps wir sonst noch installiert haben, auf die neuen Punkte hier. Das ist alles, was Fedora vorinstalliert. Um die Arbeitsflächen umzuschalten, genügt ein Scrollen hin und her. Ansonsten nackter Desktop. Mittig ist der Zugriff auf die Uhr bzw. Kalender und rechts haben wir Systemindikatoren und Steuerelemente. Vanilla Gnome und somit auch Fedora setzen vermehrt auf Tastenkombinationen oder Multitouch-Gisten. Falls dir das nicht so liegt, dann gibt es auch noch Gnome-Erweiterungen, die ihr über den Erweiterungsmanager hinzufügen könnt. Dazu müsstet ihr das Gnome-Software-Center öffnen und danach Erweiterungen suchen. Dann kommt hier das normale Erweiterungen. Damit geht das leider nicht ganz so komfortabel wie über den Erweiterungsmanager. Diesen müsst ihr herunterladen, denn in diesem habt ihr auch die Möglichkeit, nach Erweiterungen zu suchen. Das geht in dem anderen, also in dem grünen, der zuerst angezeigt wurde, nicht. Da kann man nur die installierten Erweiterungen verwalten, muss sie sich aber selber von extensions.gnome.org herunterladen. Falls dir auch das Fenster-Design nicht zusagt, dann kann dies ebenfalls überarbeitet werden. Dazu steht das Gnome-Tweaks-Tool bereit. Das findest du ebenfalls hier im App-Store bzw. im Gnome-Software-Center, wenn du nach Optimierungen suchst. Man soll es auch richtig schreiben. Gnome-Optimierungen, im Englischen Gnome-Tweak-Tool. Das musst du installieren. Dann kannst du oben auch anordnen, dass zum Beispiel auch Minimieren und Maximieren dabei sind. Sowohl auch, wo die Icons sind, also ob sie rechts wie zum Beispiel bei Windows sein sollen oder links wie zum Beispiel bei macOS positioniert werden sollen. Kommen wir nochmal kurz zum Desktop zurück. Fedora liefert immer einen Satz Hintergrundbilder mit, die gar nicht mal so schlecht sind. Ich zeige sie einfach mal, damit ihr es gesehen habt. Werfen wir noch kurz einen Blick auf die Fedora-Spins. Diese kommen mit folgenden Desktop-Versionen daher. KDE Plasma 5.27 LTS, XFCE 4.18, Budgie Desktop 10.8, Cinnamon 5.8 und LXQT 1.3. Kommen wir zur vorinstallierten Software. Wir haben Linux Kernel 6.5. Als Browser ist Firefox mit dabei. Als E-Mail-Client wird nichts vorinstalliert. Als Office-Paket ist LibreOffice mit dabei. Und als Software-Container ist Flatpak mit an Bord. Fedora liefert einen minimalen Software-Stack. Das zeichnet sich schon seit einer sehr langen Zeit über viele Fedora-Versionen ab. Die Idee dahinter ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Man konzentriert sich auf das Betriebssystem und liefert hier das Nötigste mit. Was die Nutzer brauchen, das müssen sie ja selbst installieren. Die Anlaufstelle hierzu ist stets das GNOME Software Center. Hier gibt es alles Erdenkliche, was man für den Alltag braucht. Dank dem integrierten Flatpak-Container-Format sind nicht nur die hauseigenen Apps im sogenannten RPM-Format bereits dabei, sondern auch viel mehr Zusatz-Apps, darunter auch proprietäre Apps, wie sagen wir mal zum Beispiel Spotify, Zoom, Slack oder meinetwegen auch Microsoft Edge-Browser. Fedora 39 liefert zur Modernisierung des Boot-Prozesses ein UKI, das steht für einheitliches Kernel-Image, aus. Der Unterschied zum klassischen Boot-Prozess liegt darin, dass im Rahmen der Installation des Kernel-Pakets ein einheitliches UKI-Kernel-Image statt einem generierten Init-RD-Image verwendet wird, welches auf der Distro-Infrastruktur generiert und auch von der Distro digital signiert wird. Die Fedora-Spins sind, wie bereits kurz angerissen, die reguläre Fedora-Workstation-Ausgabe, aber mit einem anderen Desktop, wie zum Beispiel KDE Plasma, Cinnamon, XFCE statt Gnome Shell. Falls du also etwas anderes als Gnome verwendest und Fedora mal ausprobieren magst, dann wirf mal einen Blick auf das passende Spin. Falls dir jetzt noch Schlagwörter wie DNF5 oder Anaconda Web-UI im Hinterkopf herumschwirren, dann hast du recht. Das waren Features, die für Fedora 39 eingehend geplant waren, aber es halt dann nicht in diese fertige Version schafften. Vermutlich mit Fedora 40 werden diese dann entsprechend nachgereicht. Fedora 39 war ursprünglich für den 17. Oktober vorgesehen. Allerdings wurde der Termin aufgrund von bekannten Fehlern im derzeitigen Beta-Kandidaten verschoben. Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung schwebt der 30. Oktober als Veröffentlichungstermin im Raum. Je nachdem wann du dieses Video schaust, wird die eine oder andere Situation eintreffen. Fleißig wie ich bin, habe ich vorgearbeitet und mit der Beta alles ausprobiert. Das heißt, wenn du dieses Video schaust, ist Fedora 39 entweder noch nicht veröffentlicht und wird in Kürze veröffentlicht oder es ist bereits da. Kommen wir zum Fazit. Neben den technischen Verbesserungen bietet Fedora 39 auch eine Vielzahl von Software-Updates und neuen Anwendungen. Die neueste Version von GNOME Desktop ermöglicht eine noch intuitivere und benutzerfreundliche Bedienung. Darüber hinaus sind beliebte Anwendungen wie LibreOffice, Firefox und GIMP in ihrer neuesten Version enthalten, um den Benutzern die besten Werkzeuge für ihre täglichen Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Fedora 39 ist ein Beweis für die kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation des Fedora-Projekts. Die Entwickler haben hart daran gearbeitet, ein Betriebssystem zu schaffen, das sowohl für erfahrene Linux-Benutzer als auch für Einsteiger gut geeignet ist. Mit seinen zahlreichen Verbesserungen in den Bereichen Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ist Fedora 39 ein echter Meilenstein in der Geschichte der Linux-Distributionen. Und als kleiner Schmankerl obendrauf, LibreOffice ist dennoch mit dabei, obwohl die Red Hat-Entwickler perspektivisch LibreOffice nicht mehr als RPM-Paket anbieten möchten. Eine Entscheidung, die ich persönlich nicht begrüße, aber auch irgendwo nachvollziehen kann. Falls dir das Video gefallen hat und du an weiteren Videos von mir dranbleiben magst, dann lass gerne ein kostenloses Kanal-Abo da. Schau auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Vergiss bitte auch nicht, in die Kommentare zu schreiben, wie dir Fedora 39 gefallen hat. Könnte das was für dich sein? Ich bin gespannt, was du zu schreiben hast. Ich bedanke mich für die freundliche Aufmerksamkeit. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! ! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Vielen Dank.